In Ägypten waren am Sonntag Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Das Land hat derzeit mit einer Wirtschaftskrise zu kämpfen. Außerdem überschattet der Krieg zwischen Israel und der Hamas die Wahlen in Ägypten, das direkt an den Gazastreifen grenzt. Der amtierende Präsident Abdel Fattah al-Sisi strebt eine dritte Amtszeit an. Ein Sieg würde ihm weitere sechs Jahre bescheren, in der die Eindämmung der rekordverdächtigen Inflation, die Bewältigung des chronischen Devisenmangels und die Verhinderung eines Übergreifens des Konflikts im Gazastreifen unmittelbare Prioritäten sein dürften. Für die Wahl hatten sich ursprünglich drei Kandidaten qualifiziert, um gegen al-Sisi anzutreten. Der prominenteste potenzielle Herausforderer zog seine Kandidatur allerdings schon im Oktober mit der Begründung zurück, Beamte und Schläger hätten es auf seine Anhänger abgesehen. Die nationale Wahlbehörde hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen. Kritiker halten die Wahl für eine Täuschung nach einer jahrzehntelangen Unterdrückung von Dissidenten. Die Wahlergebnisse sollen am 18. Dezember bekannt gegeben werden.